Ja Leute, eigentlich wollte ich heute kein Video zu Steppen machen, weil wir uns alle in einer Situation befinden, wo es sehr, sehr viel Unsicherheit gibt, sehr, sehr viel Fad gibt, sehr, sehr viel Sturm um Steppen existiert. Und ja, und auch Steppen hatte sich in der Vergangenheit sehr, sehr viele Foupas erlaubt und teilweise auch Änderungen durchgeführt, die gar nicht mit der Community abgesprochen worden sind. Und aber davor einen Medium-Beitrag zu veröffentlichen, wo das Wort Transparenz ganz oben und ganz dick und groß und fett geschrieben worden war, ist ein bisschen schlecht gelaufen. So, ich könnte euch jetzt ein Video über Crypto-Analysen geben, über Research, wie könnte ich Research betreiben, ich könnte euch über Crypto.com einige Sachen erzählen, über NFTs und wir könnten über das Metaverse auch sprechen. Aber Leute, ich habe eins in meinem Leben gelernt, man muss irgendwo sich selbst auch treu bleiben. Deswegen werde ich im heutigen Video eine Bestandsaufnahme um Steppen herum soweit aufnehmen. Für die Leute, die jetzt eigentlich keinen Plan haben, warum die Preise sinken, wird dieses Video hoffentlich ein guter, guter Content werden. Eine wichtige Sache vorweg, ja, was mich auch immer ganz, ganz oft erreicht hat, Leute. Also, ich wurde weder von Steppen bezahlt, noch habe ich keinerlei Discounts genossen, noch habe ich keinerlei zusätzliche Benefits genossen. Deswegen werdet ihr auch in meinem Video zu Steppen keine Werbeaufblendung sehen, weil es ihm keine Werbung darstellt. Es ist, ich bin einfach nur jemand, der über dieses Projekt informiert, ja, der dieses Projekt geil findet, ganz klar. Der das Konzept Move to Earn überaus interessant findet, weil ich bin selbst vor einigen Monaten auf dieses Konzept gestoßen. Und ja, ich weiß, der GST, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, ja, der ist schon seit langem komplett unter aller Sau. Aber wenn ich jetzt ein bisschen, bisschen Respekt davor habe, dieses Video aufzunehmen, bleibe ich meinen Prinzipien treu und ich weiß, warum ich in diesem Projekt bin. Es ist auf jeden Fall kein Video, der zum Halten, also zum Hoddling animiert oder zum Verkauf animiert. Es sind einfach nur meine Meinung, ungefilterte Gedankengänge, die ich via meinem Kanal Kryptosphäre an dir herantrage. Ähm, womöglich sind da sehr, sehr viele Leute, die einen Unmut aufweisen. Es ist alles cool, aber, ähm, ich bin an dieser Stelle der falsche Adressat. Das müssen wir auch sagen. Der richtige Adressat für konstruktive Kritik ist Discord. Dazu kommen wir noch. Ja, Freunde, und dazu bin ich leider, leider nicht gekommen. Äh, ich war in den Gedanken krass fixiert und auf andere Themenaspekte eingegangen. Aber kurze, knappe Kiste. Discord ist ein Ort, wo sich die Community mit den einzelnen Core-Membern und auch Mitgliedern, ja, zusammentrifft und dort auch über Steppen auch sprechen können und auch konstruktive Kritik auch abgeben können. Leider war in den letzten, vergangenen Tagen das so krass auf Discord, dass viele Leute einfach weggebannt worden sind, statt konstruktive Kritik zuzulassen. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch weiter mit dem Video. Wir starten mit diesem Video, auch wenn ich einen Fadenbeigeschmack gerade habe, aber ich wünsche dir viel, viel Spaß. Let's go. So, Freunde, die Bestandsaufnahme um Steppen herum sieht wie folgt aus. Auf die Frage, ob Steppen tot sei, müssen wir natürlich definieren, ab wann ist ein Projekt eigentlich tot? Ein Projekt ist tot, wenn Market Cap auf Null sinkt oder wenn Market Cap und Liquiditätspools wirklich hart abgenommen haben, ja, also wirklich nicht mal 1000 Dollar aufweisen. Dann ist ein Projekt eigentlich für tot zu erklären. Im aktuellen Stand sieht es so aus, wenn wir alle Move-to-earn-Projekte nochmal hinzuziehen, dass Steppen tatsächlich in der Marktkapitalisierung seinen Stand weiterhin gehalten hat. Bei 577 Millionen. Gestern lag tatsächlich die Marktkapitalisierung bei über 600 Millionen und jetzt bei 577, was ich sehr, sehr stark finde. Also, okay, wir befinden uns in einer Phase, wo es gerade nicht so gut läuft, müssen wir auch anerkennen und es wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das erkenne ich auch an, das akzeptiere ich sogar und ich weiß auch, dass ich gerade mit meiner Stimme hier nichts auswirken kann. Deswegen ist das Klügste in der jetzigen Sachlage, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig. FOMO oder FAT sind beide gleichermaßen schlecht, ja. Ob es jetzt FOMO-Einkäufe ist oder ob es jetzt Panikverkäufe sind, also Panik-Selling, beides ist schlecht. Wie überstehe ich eigentlich die jetzige Situation? Und zwar ganz einfach, ich kenne den Markt. Ich weiß, dass Steppen nicht das einzige Projekt ist, die eine Änderung oder mehrere Änderungen durchgeführt haben, die die Community aber nicht, ich sage mal, mit offenen Armen angenommen haben, sondern es gab in der Vergangenheit schon zig hunderte Projekte, die in der jetzigen Lage drinsteckten. Nur mal als Beispiel, ich glaube, um IOTA herum gab es auch sehr, sehr viel FAT. Es gab auch um Axie Infinity sehr, sehr viel FAT. Es gab auch um vielerlei Projekte auch sehr, sehr viel FAT. Und wir werden auch bei kommenden Projekten wie StepApp zum Beispiel, was aktuell in der Staking-Phase sich befindet, in einer Proof-of-Concept-Phase, wo noch keine App so richtig rausgekommen ist, wo wir nichts da haben, wo wirklich das Earning beginnen kann. Auch dieses Projekt wird irgendwo irgendwann mal etwas tun und machen, was die Community nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird. Und aktuell hat es jetzt Steppen gemacht, okay, in den letzten Monaten lief es relativ gut. Die Informationen wurden relativ transparent an die Community herangetragen. Es wurden sehr, sehr viele AMAs durchgeführt. Es wurden sehr, sehr viele Medium-Beiträge durchgeführt oder geschrieben, die über die jetzige und aktuelle Sachlage auch aufklären. Das war immer der beste Weg. Und Steppen hat mit seinem letzten Update 0.8.0 ein Update rausgebracht, wo sehr, sehr viele unbekannte Veränderungen da gewesen sind, wo neue Dinge hinzugekommen sind, die ja sehr, sehr schlecht auf die Community zu sprechen waren. Und somit auch einen Sch***-Sturm um Steppen herum auch ausgelöst hat. Ja, die jetzige Lage müssen wir halt anerkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Erkennt die jetzige Lage an, sei in der Akzeptanzphase. Und es bringt nichts, darüber rumzumeckern. Auch ich finde es wirklich, wirklich, wirklich scheiße, dass die Zahlen gerade nicht positiv sind, dass die Floorpreise komplett sinken. Und dazu kommen wir jetzt. Also, was ist das bitte schön? Also, 0,6 Solana für einen Runner. Es ist krass. Und auch auf der Beinen Smart Chain 0,14 BNB für einen Jogger. Und normalerweise ist ja ein Jogger höherwertiger als ein Runner. So kann man das eigentlich Pi mal Daumen sagen. Weil hier natürlich eine höhere Akzeptanz nach wie vor einhergeht als bei einem Runner. Das ist krass. Und mit der dritten Blockchain, mit der Ethereum Chain, liegt das Ganze immer noch bei einem ETH. Und es ist davon abzusehen, dass auch die Floorpreise auf der Ethereum Chain auch sinken werden. Definitiv. Weil einfach der GST auf der Ethereum Chain auch gerade einen Move nach unten macht. Und wir und ich gehe davon aus, dass das Ganze genauso aussehen wird wie der GST auf der Solana Chain. Ja, wir sehen, dass hier seit drei Monaten befinden wir uns hier in einem Abwärtstrend. Und das Ganze auch auf der Beinen Smart Chain. Und es müssen, glaube ich, nur einige Tage vergehen, bis die Beinen Smart Chain und Solana Chain sich im Preis identisch sind. Und das ist wirklich, wirklich heftig. So, ob jetzt Steppen ein Scam ist oder nicht, kann ich dir nicht beantworten. So, ein Scam ist erst ein Scam, wenn ein Rugpool oder derartige Dinge passieren. Und noch und im Moment ist sowas nicht passiert. Wenn es ein Scam ist, dann wird es erst ein Scam, wenn ein Rugpool wie auch immer durchgeführt worden ist. So, ich sitze im selben Boot wie mit dir. Ich habe selber auch sehr, sehr viel Kohle in dieses Game gesteckt. Nach wie vor muss ich aber sagen, dass dieses Game mir immer noch Spaß macht. Auch wenn das Verdienen jetzt nicht so profitabel ist oder auch ein passives Einkommen ermöglicht. Wo auch wenn es nicht so gut profitabel ist, nutze ich die App nach wie vor. So, denn die wichtigste Frage ist, was ist eigentlich, ja, das müssen wir uns auch nochmal vor Augen halten, was passiert, wenn eine Änderung durchgeführt wird, wenn die Community erhört wird, wenn diese ganzen Änderungen rückgängig gemacht werden und was passiert, wenn GMT Earning jetzt freigeschaltet wird. Das wird nämlich dafür sorgen, dass sehr, sehr viel Interesse nach Steppen auch einhergeht und in dem Punkt auch die Leute, ja, reinfummeln werden. Ganz einfach, die werden wieder alle reinfummeln und dann ist die Welt wiederum wieder bunt und schön und toll. Aber ganz wichtig, Leute, das ist Krypto. Das müssen wir uns so vor Augen halten. Es ist Krypto, Krypto nimmt, Krypto gibt. Und es ist genau das Gleiche, wirklich genau das Gleiche, das hat da Steppen nichts mit zu tun, es ist genau das Gleiche, als würden wir in Bitcoin investieren bei 60.000 in einem All-Time-High und wir in einem Bärenmarkt übergehen. Und dann nur noch unsere Bitcoins statt 60.000 nur noch 19.000 Dollar wert sind. Denn wenn der Preis sinkt, dann sinkt der Preis. Das ist ganz einfach, ob wir das jetzt verdienen oder ob wir irgendwelche Staking-Rewards bekommen oder ob wir das Asset direkt kaufen und dann ein Wertverfall durchgeführt wird. Und das ist natürlich die Problematik. Ich bin selber gespannt, Leute, wie Steppen dieses Problem lösen wird. Nach wie vor werde ich aus der Seitenlinie her das Ganze betrachten und auch begutachten, weil ich nach wie vor dieses Projekt sehr interessant finde. Ich weiß, Move to Earn ist ein Konzept, was aktuell in Mache ist. Move to Earn befindet sich komplett in der Beta-Phase. Umso mehr neue Leute in dieses Spiel hereinkommen, umso mehr GST wird gedruckt und umso höher ist der Verkaufsdruck auf GST. Deswegen ist dieses Spiel aber auch erst fertig, wenn GMT-Verdienen freigeschaltet wird. Und wir alle haben uns auch bewusst dafür entschieden, auch in die Sphäre, in das Ökosystem von Steppen auch zu investieren, weil es noch eine Beta ist und es ist noch nicht fertig. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist quasi immer noch in einer Proof-of-Concept-Phase und GST war eigentlich nie primär dafür ausgelegt, um damit Gewinne zu erzielen. Das müssen wir uns auch festhalten. Denn GST ist dazu da, um den Utility-Token zu unterstützen, um deinen Level-Prozess zu unterstützen, um deine Sneaker zu reparieren. Whatever. Aber erst wird dieses Game fertig sein, wenn GMT freigeschaltet wurde. Und Leute, ich will nicht wissen, wie viel FOMO-Einkäufe wir sehen werden, wenn Steppen sagt, ey, ab morgen ist jetzt GST-Verdienen freigeschaltet, wie auch immer. Also mein Fazit und mein Statement an dieser Stelle, ich finde es genauso scheiße, wie du es auch findest. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier einen kühlen Kopf bewahren sollten, dass wir aus der Seitenlinie her das beobachten sollten und dass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen sollten, wenn es um Panikkäufe oder Verkäufe geht. Aber jeder darf und selber entscheiden, weil es ist dein Geld, Leute, das ist euer Asset. Kein Mensch sollte irgendwelche Empfehlungen in Bezug auf Kauf oder Verkauf treffen. Ich mache das so, dass ich mir einfach diese überaus negative Phase einfach überleben werde, indem ich einfach hier nichts tue. Ganz einfach. Und mich würde mal deine Gedanken dazu interessieren. Schreib das gerne in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch allen einen guten Run. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.